Naturwissenschaftler empfehlen, trinken Sie Ihr Bier immer kalt und immer direkt aus der Flasche. In einer umfangreichen Messserie, hier links im Bild, konnten wir verifizieren, ein Bier verliert nach dem Öffnen Gas. Und je wärmer es ist, desto mehr Gas kommt raus. Wenn Sie Ihr Bier nicht ordnungsgemäß trinken, verlieren Sie bis zur Hälfte des Gases, bis zur Hälfte des Prickelns. So, das reicht fürs Internet. Den ganzen Effekt, den erkläre ich im Radio.